Mabacher TV Mein Lebenselixier wird jetzt für einen guten Zweck hergegeben. In Deutschland gibt's nämlich Pfand. Dosenpfand, Flaschenpfand. Und die Sozialhelden waren so genial und haben da etwas ins Leben gerufen, das sich Pfandastisch helfen nennt. Und das werde ich jetzt tun. Ich werde jetzt die Kamera übernehmen, und meine Assistentin wird die Dose einlaufen und dann wird phantastisch geholfen. Jetzt holen wir uns den Bohr. Und das ist Mabacher hilft phantastisch. Sie haben es gesehen, mein Bon, 25 Cent für Berliner Tafel. So einfach geht's. Ich danke den Zahlhelden und phantastisch helfen.